Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und genau so eine Partyanlage möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Die finde ich großartig. Hätte ich am Wochenende schon super gebrauchen können. Ja, apropos Wochenende. Wir waren zum Beispiel am See und haben da auch Musik gehört, aber nicht volle Pulle leider, weil wir leider nicht mehr konnten. Aber das können Sie mit dieser Partyanlage. Schauen Sie mal, Sie haben hier zwei große Lautsprecher mit verbaut. Hier dieses tolle LED-Licht, was nochmal extra Stimmung bringt. Dieses blaue Licht. Sehr, sehr cool. Sie haben hier auch perfekt einen Tragegriff. Das heißt, überall da, wo Sie gerade Party machen möchten, nehmen Sie den ganz einfach mit. Schauen Sie mal, wie leicht das ist. Sieht gar nicht so aus, denkt man gar nicht. Es lässt sich wirklich super transportieren. Schieß mal ab, den Gummi. Schieß mal ab. Schieß mal ab, okay. Ich drück mal auf Play. So, es ist jetzt noch leise. Ich mach mal lauter. So, es ist jetzt noch ein paar Tage. Wow. Wow. Und jetzt der Baskott, oder? Breathe me in. Breathe me out. Wow. I don't know if I could ever go without. I'm just me. Also so gut ist das. Sehr, sehr cool. Und ich hab nicht einmal volle Pulle hier aufgedreht. Also das ist so cool gemacht, weil Sie auch mit super vielen Quellen arbeiten können. Ich hab jetzt hier einen USB-Stick beispielsweise drin. Sie können auch eine Speicherkarte nehmen, von da Musik abspielen. Bluetooth ist ja auch ein sehr beliebtes Mittel. Genau, richtig, vom Handy aus einfach verbinden mit der Box. Sie haben aber auch im Lieferumfang mit dabei ein Audiokabel. Das heißt, Sie können ganz einfach das auch reinstecken in Ihren MP3-Player beispielsweise. Also so viele Möglichkeiten. Sogar Radio wäre hier auch noch möglich. Und das hier in so einer schönen, leichten, kompakten Form. Das ist so genial gemacht. Und wenn Sie jetzt noch richtig einen oben draufsetzen wollen, dann könnten Sie sich auch theoretisch noch ein Stativ besorgen und stellen das ganz einfach hier auf dem Stativ auf. Aber ich find's gerade so perfekt. Ich find das so schön, weil man so nett zusammensitzt wie wir hier. Ja, ganz genau. Und man möchte einfach ein bisschen Musik haben. Da hast du hier eine ordentliche Box und nicht so ein Lummelteil, so ein kleines Ding, was dann einfach nur vor sich hin rauscht. Hier können wir richtig aufdrehen. Ich drehe mal nochmal auf, ja? Ja, bitte. Summer Evening, da haben wir es, ne? Ja, ganz genau. Es ist einfach ideal für den Sommer jetzt, für diese Nächte, die du gerade angesprochen hast. Du hast es eben gesagt, viele nehmen doch diese Bluetooth-Boxen. Ja, ja. Diese kleinen Dinger da, diese Schepper-Boxen, die sind ja vielleicht mal so fürs Freibad oder sowas, mal unterm Handtuch versteckt, mal ganz nett. Aber wenn man jetzt mal einen schönen Abend hat, von mir erst mal bei einem Picknick, ja, wenn es gerne mal raus an den Baggersee geht, wo es ja keine Öffnungszeiten hat, ja, oder von mir jetzt auch mal selber im Garten da mal so eine schöne Grillparty macht. Es muss ja nicht gleich eine Party bis in die Nacht rein sein, aber mal schön mit Freunden da sitzt, man grillt ein bisschen, man hat ein bisschen Musik im Hintergrund. Da muss man nicht die Türen und die Fenster auflassen, damit von der Musikanlage drinnen alles rausschaltet. In der Zwischenzeit kommen die ganzen Mücken rein. Stellen Sie sich so eine Anlage doch ganz einfach mal akkubetrieben draußen auf den Balkon, auf die Terrasse und nehmen Sie da Ihre Musik mit. Und welche Musik Sie da abspielen wollen, ist Ihnen überletzend. Vom USB-Stick, von der SD-Karte, kabellos, vom Handy. All das ist möglich. All das, was die moderne Technik zu bieten hat, kann diese Box natürlich auch. Und das in einer sehr leichten, kompakten Form. Fernbedienung ist auch mit dabei und das hätte ich echt nicht erwartet, dass ich so eine tolle große Box auch einfach so mitnehmen kann, akkubetrieben ohne große Kabellage. Genau das brauchen wir für den Sommer. Hast du ganz einfach so im Kofferraum verstaut. So liegt es auch ganz gut drin. Also es ist echt herrlich. Ich bin so begeistert, aber in erster Linie begeistert wegen der Klangqualität. Die ist wirklich herausragend. Die ist richtig, richtig gut. Ich traue mich gar nicht, hier voll aufzudrehen, aber vielleicht haben Sie mal unser Studio besucht irgendwann mal. Wir haben hier ein sehr großes Studio und ich habe zwischendurch, zwischen den Sendungen mal volle Pulle aufgedreht. In der anderen Ecke des Studios hat man das noch gehört. Das ist der absolute Wahnsinn. Und zu dem Preis, bitte, also wirklich, da kann man nur zuschlagen. Können Sie doch alles richtig machen. Die Box hier macht richtig Spaß. Da hast du viele Jahre Freude dran. Wir sprechen da von keinem 83 Euro. Da ist alles drin, alles dran, was du eben mal so für einen schönen Abend mit der entspannter Musik brauchst. Ist auch mal eine perfekte Festival-Ausstattung oder auch mal eine schöne Ausstattung für einen Campingplatz oder sowas, wenn man da natürlich auch abends mal mit Freunden, Bekannten zusammensitzt. Es macht ganz einfach Spaß. Und ich glaube, es ist ein schöner, lauer Sommerabend. Und da gehören zwei, drei Dinge zu A, nette Freunde, B, ein schöner, kühler Cocktail und C, eine richtig gute Musik. Ja, und ich finde auch die Bedienung hier richtig gut. Also abgesehen davon, dass jeder sich hier verbinden kann mit seinem Handy. Ja, natürlich, klar. Ja, jeder. Wenn jetzt einer sagt, hier, ich möchte mal das Lied zeigen. Einfach verbinden und dann zack, abspielen. Das heißt, die Möglichkeiten sind hier super vielfältig. Wenn Sie mögen, dann bereiten Sie eine Playlist vor, entweder über Ihren Streaming-Anbieter oder hier einfach über den USB-Stick. Können Sie einfach reinschieben, die Lieder, die Sie auf dem Computer abgespeichert haben und so ganz einfach abspielen. Ich kann hier auch bequem am Gerät selber oder eben für Fernbedienung weiter schalten aufs nächste Lied. Also das ist richtig schön gemacht hier mit dieser kleinen Anzeige. Und gerade das LED-Licht ist auch super cool, ne? Ja, die sieht doch klasse aus, finde ich. Gerade so, wenn die Dämmerung so einsetzen, da hast du noch mal so ein bisschen LED-Beleuchtung vor dem Eck, ist das eine coole Angelegenheit. Ich hoffe, das können wir Ihnen transportieren, was hier an Klangqualität rüberkommt. Und das für keine 83 Euro. Ich kenne kleine Bluetooth-Boxen mit den drei Buchstaben. Ja, die haben also bei weitem nicht so ein Klangpaket und liegen beim Doppelten des Preises. Da hast du hier mal eine richtig schöne, kompakte Anlage, so richtig schön Aktiv-Lautsprecher, den du überall dort platzieren kannst, wo du einfach mal gute und entspannte Musik brauchst. Cool. Macht einfach Laune. Das ist so ein Spaß, ne? Und das ist genau das, was wir im Sommer wollen. Wir wollen Spaß, wir wollen gute Laune, gute Musik und das überall. Ich finde Baggersee so eine schöne Idee, ne? Ja, na klar. Im Garten beispielsweise, auch im Schrebergarten vielleicht auch. Und auch hier dieses Rädchen, ne? Mit dem du die Lautstärke verändern kannst. Das steckt an. Darf ich vorstellen? Hallo, Lola. Hallo, Lola. Hallo, Lola. Kannst du wirklich mal Schrebergärtchen? Super. Die kannst du dir also auch mal von mir aus in den Wintermonaten, wenn wir da mal ein bisschen weiterdenken, auch gerne mal in den Partykeller oder sowas stellen. Kannst du überall in den Balkan mal auf die Straße damit? Stimmt, auf jeden Fall. Und apropos, wenn man weiterdenkt, können Sie theoretisch auch ein Mikrofon noch mit anschließen und eine schöne Karaoke-Session damit machen. Das machen wir ja hier bei Pearl TV auch sehr gerne mal zwischendurch. Ich war noch niemals in New York in ordentlicher Lautstärke. Oh ja, oh ja. Und am dritten Sitzig mache ich das. Ja, das macht Spaß und es ist so schön, dass wir hier so viele Möglichkeiten haben. Also Sie müssen sich nicht beschränken auf AUX-Kabel oder USB-Sticks, sondern hier haben Sie alle Möglichkeiten, auch mit der Bluetooth-Steuerung können Sie alles abspielen, was Sie mögen, gerade über Smartphone. Da haben wir ja meistens alles drauf. Ich finde das super, dass der auch ein Radio eingebaut hat. Ich sage mal, manchmal hast du es eben ganz einfach gerade an einem Samstag. Wir Herren werden das kennen. Ja, aber geht die Fußball-Bundesliga wieder los, da machst du natürlich vielleicht mal einen schönen Ausflug mit der Familie. Trotzdem willst du zwischendurch eben mal hören, Mensch, wir hatten der FC gespielt. Ja, wie sieht es bei der Eintracht aus? Oder was macht der SC Freiburg gerade, würde Ralf jetzt wieder sagen. Kann man sich natürlich dann auch mal holen, aber eben kurz Nachrichten oder eben kurz die Wettervorhersage, all sowas. Und dann geht es wieder zurück in den Party-Modus und das auch noch mit dieser coolen Beleuchtung. Wie gesagt, sie sieht schwerer aus, als sie de facto ist. Man kann sich locker unter den Arm klemmen, der Griff ist entsprechend mit dabei. Gewinde ist dran, was für ein Stativ, natürlich auch kein Thema. Also das ist mal eine richtige Party-Ausstattung von Anna, Anna Fein. Wird auch gerne gewählt von unseren Kunden. Ja, mit Sicherheit sehr, sehr gerne. Also ich könnte jetzt auch direkt mitnehmen und dann würde ich mal sagen, machen wir eine kleine Party draußen. Wetter soll doch schön werden jetzt am Wochenende wieder, oder? Wir haben viele Leute, wir haben Geburtstag am Sommer. Ja, wir können auch was machen. Das ist wirklich cool. Ohne Kabel, gute Laune, sofort so groß, super Klang und natürlich Preis. Preis ist Wahnsinn für diese Qualität. Keine 83 Euro. Also das ist wirklich eine Investition in die nächsten Jahre hinein. Komm, mach Laude, mach Party. Wir haben einen kompakten Aktivlautsprecher mit Karaoke-Funktion. Greift ihr direkt zum Telefonhörer und bestellt. Tun Sie das auch, liebe Zuschauer, der Preis ist spitze, der Sound ist spitze, die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt und jetzt möchte ich Ihnen raten, greifen Sie zu mit der ZX 1740 und der 569 und wir machen jetzt noch ein ganz klein wenig Party hier im Studio. Sie sehen, Diana kommt gerade auf Betriebstemperatur und Sie mit Sicherheit auch bei, mit so einer coolen Anlage auf jeden Fall. Wir vergnügen damit.